The revolution will be broadcast. Natascha, servus, grüßte. Okay, wir sind wieder beieinander in unserem Lieblings-Podcast, die chronisch besten Freunde. Wie geht's denn? Das ist, glaube ich, zurzeit der einzige Podcast, den ich höre. Nur deswegen ist er ja meiner und dein Lieblings. Also ich habe immer gute Laune. Letztens, wie ich unseren neuen Podcast geschnitten habe, habe ich mir gleich alles, was wir dann noch so gebrabbelt haben, habe ich mir dann gleich noch angehört. Und ich musste immer wieder grinsen und lächeln und schelmisch dahin in mich hineinkichern. Ich fand das sehr sympathisch und es hat mir sehr, sehr eine gute Laune hinterlassen. Was ich momentan bei Schröder und Somont schon nicht habe. Den höre ich ja noch momentan. Oder wo ich es vielleicht so ein bisschen habe, aber das geht ja schon wieder bei Precht und Lanz. Das ist nicht so sympathisch, finde ich. Ich frage mich gerade, warum du Zeit hast, Podcasts zu hören. Ja, so nebenbei. Ja, nebenbei kann ich nichts hören. Nebenbei höre ich YouTube-Tutorials und was es Neues gibt in der KI. Das höre ich nebenbei. Ja, da kannst du ja nichts merken. Nein, schwer. Ich habe heute eine Webseite gebaut und nebenher mir angehört, ein Interview mit einem Anwalt bezüglich der rechtlichen Geschichten wegen Chat, GPT, KI und so weiter. Wie das da ist, Urheberrecht und bla und Copyright und schlag mich tot. Ja, schlag mich nicht tot. Ja, dann habe ich immer wieder auf Pause schalten müssen, Retour. Da habe ich immer gedacht, ich habe überhaupt nichts mitgekriegt. Wobei, da habe ich noch gar nicht Webseite gebaut. Quatsch, da habe ich Fotos sortiert. Also, ich war eh clever. Ich habe mir eh gedacht, ich mache was Einfaches. Aber anscheinend ist auch Fotosortieren nicht einfach genug, um daneben was aufzunehmen. Was zu hören und das ins Hirn reinzukriegen. Nein, das möchte ich dir auch abraten. Deswegen, wenn ich jetzt unsere Bilder für einen Podcast suche oder mache, dann höre ich mir den recht und langsam. Echt? Weil dann, ich muss mir das ja nicht merken, sondern manchmal kommt halt dann vielleicht ein Zitat, wo ich mir denke, ach, das war jetzt interessant. Aber so weit, dass ich sage, ich muss mir das jetzt alles merken, eh nicht. Sind wir im Vorpart? Nein, ich habe mich schon. Ich habe uns heute schon, der Vorpart entfällt halt. Wegen ist nicht. Wegen ist nicht? Ich könnte trotzdem nur sagen, willkommen, ihr Lieben, bei eurem Lieblingspodcast über künstliche Intelligenz, das Universum und mehr. Aber ich glaube, dann hört keiner mehr zu. Das weiß ich nicht. Dann werden wir ein ganz anderes Zielpunkt, Plubikum. Plubikum. Plubikum ansprechen. Wäre jetzt gar nicht so blöd. Ich meine, das wären vielleicht so extra Folgen, die wir machen könnten, weil wir haben ja so nichts zu tun. Wir haben ja nichts zu tun. Also wir machen normale Folgen für unsere chronisch besten Freundezuhörer und dann machen wir jetzt so ein Special für KI-Leute. Ja, aber dafür haben wir ja einen anderen Kanal. Ja, aber das ist ja nicht lustig dort. Ja, KI ist auch nicht lustig. Ja, die KI kann schon ganz schön lustig sein. Ich meine, nicht an sich selbst, aber mit der KI kann es lustig sein. Also ich habe es immer sehr lustig mit der KI. Ja, das Schöne ist, dass wir in letzter Zeit doch immer wieder mal über YouTube irgendwelche schönen, netten Kommentare bekommen, die runtergehen wie Öl oder Prosecco. Ja. Dass wir mittlerweile wirklich Fans haben, die Dienstag wirklich auch immer einschalten, wenn der Podcast kommt. Das freut mich sehr. Ich weiß aber noch immer nicht, ob das nicht nur drei sind oder zwei. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Bei meinen Abonnenten haben wir immer, das zieht sich ja jetzt schon wieder. Jetzt haben wir die 100 geknackt, dann hatten wir die 101 geknackt, aber die letzte Folge war wieder irgendwie anscheinend zu lahm. Die ist jetzt nicht so reingeschossen. Es ist immer dasselbe. Diese sechs Dinger funktionieren. Ich weiß nicht, wie lang der Mensch leben muss. Also jetzt nicht ein Einzelner, sondern alle. Also nicht alle gleichzeitig, sondern so hintereinander. Und ja, ich weiß nicht, wie sagt man das? Wie lang der Mensch existieren muss. Also nicht einer, sondern die Menschheit. Weiß nicht, wie lang die existieren muss, bis Sex kein Thema mehr ist, das interessant ist. Ich meine, war das ja auch blöd, wenn Sex kein Thema mehr ist, das interessant ist. Das ist ja auch mit der Menschheit. Ja, aber es ist so durch, wie sagt man, durchschaubar. Also wir wissen jetzt, wenn wir Sex im Titel haben, dann wird es öfter geklickt. Ah, wenn wir jetzt nicht so oft über Sex reden, dann sind die Leute mal enttäuscht. Dann gehen die unbefriedigt aus unserem Podcast. Ja, ich weiß, was die dann tun könnten. Wobei das natürlich ein blödes Gefühl ist. Also auf der einen wie auf der anderen Ebene. Absolut, absolut. Aber gibt es irgendein anderes Thema, das genauso wäre wie Sex, Gewalt, Drogen? Glaubst du bei Drogen drücken also viel? Nein, weiß nicht. Weil viele Angst vor Drogen haben. Ja, und bei Gewalt drückt ja auch keiner. Stimmt auch wieder. Na, bloß wenn du vielleicht jetzt irgendwie was machst über... Weil Liebe, glaube ich, interessiert irgendwie auch keinen. Na, Liebe ist auch irgendwie so. Also für mich ist Liebe sehr wichtig, aber... Eigentlich geht es wahrscheinlich doch nur um Sex. Nur ums Bücher. Liege eh nicht so falsch. Ja, weil ich meine, wenn ich jetzt sehe, ich meine, wir hatten letztes Mal Schwurbler und Mehrdenker. Ja. Wobei ich den Begriff Mehrdenker fand, ich denke, der hat mir sehr gut gefallen. Ich bin schön. Damit kann ich mich auch absolut identifizieren. Ach Gott. Aber anscheinend ist das jetzt schon wieder so out, dass jetzt keiner mehr, es gibt keine Schwurbler mehr, weil alle Theorien, die die so aufgestellt haben, haben sich viele bewahrheitet. Also kannst du jetzt nicht mehr sagen, kannst du ja doch wieder sagen, wir sind alle gleich. Und trotzdem sind wir halt unterschiedlich. Das verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Und wir können nicht miteinander. Das finde ich auch noch viel schwieriger. Ich warte jetzt immer ab, weil du letztendlich gesagt hast, wir fallen uns so viel ins Wort. Und jetzt hat noch keiner aufgezeigt. Du hast ja heute so ein Zeichen geübt. Ah ja, stimmt. Ist aber nicht passiert. Jetzt haben wir gedacht, ich warte einfach mal, bis du fertig bist. Das finde ich aber auch nicht verkehrt. Ja, das hat nur zur Folge, dass manchmal, wenn der eine rät, also bei mir ist es so, ich rät jetzt und dann höre ich auf. Und wenn der andere mir eigentlich nicht, also wenn du mir nicht ins Wort fällst, und dann sofort was sagst, also wenn du nicht einwirfst irgendwas in der Sekunde, in der ich einatme, nachdem ich mein letztes Wort gesprochen habe, dann sage ich schon das Nächste. Und dann geht es wieder unverändert weiter. Genau. Aber wenn man so ein bisschen Pause lässt, zum einen wird der Podcast länger. Ah, super. Wer will das? Verdammt. Wir können es ja einfach mal probieren. Ich meine, das mit dem Finger heben, ich werde es versuchen. Ich meine, man muss ja auch erst mal dran denken, ob das so klappt oder auch nicht oder wie auch immer. Ja. Aber das ist mir nur letztens auch, oder bei den letzten Folgen so aufgefallen, dass wir das öfteren und so, und dann wird der Ton immer ein bisschen schlechter und das nervt mich dann. Leider. Leider. Ich verstehe. Das heißt, wir müssen jetzt immer, wenn wir fertig sind mit Reden, kurz warten, um zu schauen, ob der andere was sagen will. Ja, wir könnten ja nicken, wenn wir fertig sind mit Reden. Total bescheuert. Ich brauche eine Masseurin. Das stimmt, deine Masseurin ist ja nicht mehr da. Ja, die ist schon noch da, aber die ist jetzt zweit weg. Das ist blöd, dass du nicht bei mir ums Eck wohnst, weil wir haben ja auch eine neue Abonnentin und eine Stammhörerin, die ist Masseurin. Echt? Ja, war zwar noch nicht dort. Liebe Grüße gehen raus, wenn sie sich jetzt angesprochen fühlt. Ich hoffe schon. Ja, wenn du doch mal wieder da bist, vielleicht können wir mal einen Termin ausmachen. Ja. Ich muss eh zu dir ziehen. Nein, zu mir nicht, da ist zu wenig Platz. Außerdem, wo drehen wir den Hund hin? Aufs Sofa. Keller. Meine Hund kommen nicht in den Keller, bist du bescheuert? Hab ich dir schon mal eigentlich erzählt, ein Ausschlusskriterium bei einer Frau? Ja, schon öfter. Wenn es Hund haben. Das ist ein Aus... Ja, weil du Katze bist, ja. Ich bin Katze, ja. Deshalb wolltest du ja mich auch nicht wegen der Hund. Nein, du wolltest mich wahrscheinlich generell nicht, dass nur Ausrede gesucht. Sonst wäre ich gleich... Was? Das machst du gerne, ne? Du sagst nicht gerne jemandem, ich will dich nicht oder ich will dich nicht mehr haben, sondern du suchst dann irgendwelche fadenscheinigen Ausreden, wie, ja, du wohnst ja so weit weg und du willst ja dahin und Fernbeziehung mag ich nicht und Hund mag ich ja auch nicht haben. Und in meiner Nähe Kinder mag ich, aber auch nicht alle. So ist das bei dir, so sehe ich dich. Ja, dann hast du wieder was offengelegt wahrscheinlich. Für dich. Für andere ist das wahrscheinlich wieder gar kein Thema. Aber das war bei meiner Ex, war es ja auch so, also jetzt gehen wir schon wieder ein bisschen in die Vergangenheit, aber das war dann auch so, die hatte ja zwei Kinder und hat irgendwann einmal davon angefangen, ja, wenn die Kinder mal ausmachen, dann möchte ich einen Hund. Habe ich gesagt, aber dann bin ich weg. Was hast du gegen Hund? Ich mag den nicht. Also ich mag die schon. Das stimmt ja gar nicht, wie du hier warst, du mochtest meine Hunde schon. Ich mag Hunde, aber ich mag sie nicht andauernd. Weil du musst mit denen rausgehen. Naja, wäre eh ganz gut, wenn du dann mal mit wem rausgehen musst. Ich kann allein rausgehen. Wie schaut das mit dir aus? Haben wir eh gesehen. Ich sehe deine Hunde immer so leicht weinerlich in die Kamera schauen. Du bist zu blöd. Ich habe ja auch einen Garten. Hätte ich den nicht, dann würde ich sehr wohl mit den Hunden öfter spazieren gehen. Aber du gehst ja jetzt gar nicht spazieren. Doch, ich habe letzte Woche wieder angefangen. Ja, super. Und wie lange bist du nicht gegangen? Hättest du einen Hund, wäre es die ganze Zeit gegangen, mein Lieber. Ja, aber dann müsste ich in der Früh gehen, müsste ich am Abend gehen, müsste ich wahrscheinlich am Nachmittag noch gehen. Was mache ich denn? Was mache ich dann? Ja. Nicht platt werden. Ja, bitte. Ich kenne auch dicke Leute, die einen Hund haben. Ich bin ein Chihuahua. Aber da ist der Hund dann meistens auch so dick, deswegen. Die gehen da dann nicht weit, die dackeln dann nur so ein bisschen rum. Ja. Aber wir wollten, ja? Jetzt sind wir auf den Hund gekommen. Ja. Aber wir wollten jetzt nicht, wir machen keinen Podcast über Hund. Nein, ich habe auch zu wenig Fachwissen über Hunde. Wobei das stört uns ja normalerweise bei allen Themen eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Aber wir wollten über etwas anderes reden. Ja, wir wollten. Dann fangen wir mal an. Ja, das müssen wir irgendwann, müssen wir aber wieder mal über etwas reden. Und nicht nur bla. Ja, du wolltest doch das Thema Frühjahrsputz einleiten. Ja, das wolltest du letzte Woche ja schon machen. Ich? Du wolltest letzte Woche schon Frühjahrsputz machen. Da hast du noch irgendwas anderes dazu gesagt. Frühjahrsputz, noch was und noch was. Nein, da hast du angefangen mit Frühjahr. Ich habe nur irgendwas gemacht mit Neustart oder Neubeginn oder keine Ahnung. Neubeginn, Neustart machen wir, sowas machen wir nicht mehr. Nein, das ist auch nicht gut angekommen. Nein, aber du hattest letzte Woche schon den Frühjahrsputz und das, habe ich den Frühjahr? Du hast irgendwas anders gemacht. Du wolltest irgendwas, auch was man im Frühjahr macht. Was macht man im Frühjahr noch? Man verliebt sich. Ah, du hattest Frühlingsgefühle. Ah, genau. Das war das zweite Wort, Frühlingsgefühle. Und das dritte weiß ich aber nicht mehr. Das weiß ich auch nicht mehr. Vielleicht kommen wir drauf. Ja. Also, Frühjahrsputz, Frühjahrsgefühle, links. Ich meine, jetzt geht gerade nicht, weil wir haben, oh, wir haben 16 Grad, sehe ich da gerade. Huh? Was soll es denn da so heißen? Nein, es ist ja gerade wieder so eine kälte Welle, weil Ostern kommt. Und ich weiß gar nicht, wann man normalerweise mit Frühjahrsputz anfängt, vor Ostern, nach Ostern, keine Ahnung. Vielleicht so, wenn man die Eier irgendwie nur mehr unter diesem Flurf gefunden hat, unter diesem ganzen Zeug, dann feststellt, wir sollten wieder mal putzen, damit die Eier irgendwie sauber gefunden werden. Also, ich glaube ja, dass es, bevor es zu warm wird, dass man dann einfach den Frühjahrsputz beginnt. Weil wenn es dann zu warm ist, dann möchte man eh schon da raus oder in die Sonne oder zum Baden oder keine Ahnung. Dann denkst du, ach, scheiß auf die Wohnung. Ich glaube, dass der Frühjahrsputz dann anfängt, das könnte sein, mit der Zeitumstellung. Weil jetzt ist es stundlänger hell, unter Anführungszeichen. Ist ja alles nur Fiktion, es ist ja gar nicht hell. Ich meine, es ist schon hell, aber es ist nicht länger hell. Es ist genauso lang hell wie vorher, ein bisschen länger, weil die Sonne länger da ist und sich alles langsamer dreht und bla. Aber dadurch, dass es jetzt gefühlt länger hell ist, sehen wir mehr Dreck als vorher. Ist heller. Sieht man mehr Dreck. Wenn es so finster ist im Winter, siehst du den ganzen Dreck ja nicht. Nicht? Eieieiei, aber es ist doch zwischendurch auch schon mal heller. Also ich brauche ja nicht sechs Stunden, ich brauche nicht jetzt, was weiß ich, jetzt haben wir auf einmal sechs Stunden Helligkeit. Vorher haben wir fünf gehabt. Aber in den fünf Stunden hätte ich sie auch so sehen können, dass scheißdreckert ist. Naja, vielleicht ist das, weil die Leute in der Zeit, wo es hell ist, im Winter, sind die nicht zu Hause, da sind die ja arbeitend. Also so diese, der Durchschnittsmensch. Die halt nicht zu Hause arbeiten. Vielleicht war sie dann auch während Corona ja überall ein bisschen sauberer, weil die Leute plötzlich zu Hause bleiben haben müssen. Haben ja auch dann alle umgebaut und so weiter. Die haben ja alle urviel Möbel gekauft und so in der Corona-Zeit. Oh, ich bin zu Hause, lass es uns hier mal auch schön machen. Ich weiß nicht, wozu putzt man denn im Frühjahr? Ich meine, man macht, ich weiß nicht, tut man nicht auch die Geister raus? Oder wann ist denn das? Das ist im Herbst, macht man mal die Geister weg? Macht man im Frühjahr auch mal Geister weg? Natürlich, es ist ja wieder Sonnen-Zeitenwende oder sonst irgendwas. Sonnenwende ist im Juni, mein Lieber. Ja, aber es ist ja jetzt auch Tag- und Nachtgleiche, keine Ahnung, was ist denn das schon wieder? Das ist alles im Sommer. Ja, aber jetzt ist ja auch was. Ja, was ist jetzt Ostern? Ich weiß nicht, ich muss googeln. Jetzt brauchst du nicht googeln. Nein, ich muss googeln. Aber vielleicht können ja unsere Zuhörer uns sagen, was jetzt in der Zeit ist, was... Ja, eine Auferstehung hätten wir, wenn wir der Kirche glauben. Dann die Ostereier, gut, da gibt es verschiedene Theorien dazu, warum Hasen Ostereier irgendwie verstecken. Ja, da wollen wir uns jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil das weiß ich überhaupt nicht. Ich habe nicht aufpasst. Hasen sind es deshalb, weil immens viele Hasen unterwegs sind um diese Zeit. Also das merkt man als Autofahrer. Also so jetzt und in den nächsten Wochen sind irrsinnig viele Hasen unterwegs. Ich glaube, die suchen wen, um Liebe zu machen. Übrigens, wenn du eingibst und ein Bild machen willst bei der künstlichen Intelligenz und du sagst, Rabbids making love. Ich wollte ein Bild machen von schnachselnden Hasen. Einfach so, weil es lustig ist. Hat er mich nicht lassen, das versteht gegen die Richtlinien. Ich dachte, boah, so wirklich. Naja, was uns dann natürlich wieder zu den Frühlingsgefühlen führt, quasi. Aber putzt du früh? Ich meine, machst du so einen Frühjahrsputz? Machst du sowas jedes Jahr? Nein. Aber was ich dieses Jahr natürlich schon vorhabe, weil ich glaube, ich habe letztes Jahr meine Dachfenster nicht gereinigt, dass ich die jetzt mal wieder auf Vordermann bringe. Ja, ich wäre auch ein bisschen putzen, weil in zwei Monaten spätestens, nicht Stopp sagen, ich bin noch nicht fertig, muss ich noch nicht aufzeigen oder sonst was, mein Haus ja in den Verkauf geht. Ja, da wollte ich die gerade fragen. Und da wäre ich wahrscheinlich ein bisschen mehr putzen jetzt mal. Weil ich habe gedacht, wollte nicht dein Makler kommen? Die waren da. Siehst, über das haben wir noch gar nicht gesprochen, die Woche. Das ist ja nicht wichtig. Ach so, wie privat meinst du? Ja, wie privat. Ein Podcast ist natürlich nicht wichtig, aber wenn wir gerade schon da sind. Ja. Nein, Makler waren da, waren zwei da. Und dann musste ich mich entscheiden, das ist ja was, das mag ich überhaupt nicht. Weil ich musste dann einem sagen, dich mag ich nicht. War mir irrsinnig unangenehm. Du weißt, wie es mir geht? Ja. Ja. Hm, weiß ich jetzt, wie es dir geht. Ich überlege gerade. Das Witzige ist ja, ich habe dann dem einen abgesagt, per Handy, relativ rasch. Also es war an einem Tag, war der eine Makler da am anderen ein Paar, also ein Pärchen, die zu zweit arbeiten, die das schon sehr, sehr lange machen. Und ich habe dann eigentlich relativ schnell entschieden, ich nehme dieses Paar. Und kann dir aber gar nicht sagen, warum. Weil vom Gefühl her hätte ich eigentlich eher diesen jungen, gut aussehenden Typen genommen. Aber, dann haben wir halt entschieden, habe den mal abgesagt, habe den anderen aber noch immer nicht zugesagt. Also die Entscheidung ist ja jetzt eigentlich zwar gefallen, aber noch nicht abgeschlossen. Weil mir dann zwischendurch eingefallen ist, dass man mir gesagt hat, ich im Human Design sollte größere Entscheidungen nicht aus dem Bauch raus machen, sondern überschlafen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, alle Entscheidungen, die ich eben nicht getroffen habe, sofort aus dem Bauch raus, sondern dann darüber nachgedacht habe, dann habe ich sie entweder nicht getroffen oder verkehrt. Und im Endeffekt wäre die Bauch raus Entscheidung eh die richtige gewesen. Dann ist dein Human Design wahrscheinlich verkehrt. Ja, du, vielleicht ist auch die, die mir das gesagt hat, die war ja bei uns einmal zu Gast. Vielleicht hat sie sich ja geirrt. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat sie auch was anderes gemeint mit den Entscheidungen, was weiß ich. Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden. Wenn sie unseren Podcast hört, dann soll sie mir das vielleicht nochmal sagen. Genau, also nicht Katrin melde dich, sondern Sabrina, bitte melde dich. Ja. Es wird um deine Expertise. Mit dem Sabrina muss immer an Hexen denken und Zauberei und so. Da gab es eine Fernsehserie, gell? Ja, genau. Also Sabrina, bitte melde dich. Deine Expertise in Sachen Human Design wird hier nochmal, wie sagt man, wird hier nochmal erwünscht? Ja. Eventuell? Ja. Wenn du zuhörst, wenn nicht, dann passiert eh nichts. Aber pass auf, die Sabrina ist ja vielleicht nicht die Einzige, die Human Design kann unter unseren Zuhörern. Ja, stimmt. Vielleicht weiß das ja wer anderer. Also ich bin manifestierender Generator, aber dann sind noch so andere Sachen, irgendwo habe ich Sex, aber das war eh klar. Aber nicht so ein Sex, sondern irgendwas mit Emotionszentrum, wo es war sie. Und alle anderen, die sich jetzt fragen, was ist Human Design, schaut in unsere Podcast-Folge 46. Ich glaube, das war die Folge mit Human Design. Wahrscheinlich. Aber wir gehen jetzt wieder schön brav zurück zu unserem Frühjahrsputz. Nein, aber ich, was natürlich, was ich natürlich sehr, sehr gut finde, mein Frühjahrsputz ist ja auch so eine Geschichte mit, ja, du verabschiedest den Winter, es wird wieder schöner und du möchtest es einfach vielleicht auch wieder zu Hause ein bisschen lebendiger gestalten. Deswegen machst du einfach, gehst raus aus dem Winterschlaf und rein in deine Bude und bringst alles so ein bisschen ab Vordermann. Und das gibt dir natürlich ein gutes Gefühl. Und natürlich, wenn du dann ein gutes Gefühl hast, hinaus auf die Straße gehst, dort deine Frühlingsgefühle hinaus posaunst und auslebst und jemanden in deine Wohnung mitnimmst, ist natürlich schön, wenn du dann vorher Frühjahrsputz gemacht hast, weil dann ist alles sauber. Ja, man kann dieses säubern, da muss man ja nicht, also Frühjahrsputz, das muss ja nicht unbedingt nur bedeuten, dass du jetzt dein Haus und deine Wohnung und deine Fenster putzt. Du kannst auch innerlich rausputzen. Ja, also man könnte mal fasten, dann könnte man mal so entgiften und den Dreck raushauen, mach ihn nicht. Außer es gibt mir jemand eine Fastenkur, wo Kaffee und Zigaretten und Prosecco erlaubt sind, dann mache ich diese Fastenkur. Du könntest ja selber eine erfinden. Wie ich mit meiner speziellen Prosecco-Kaffee-Zigarettenkur in acht Wochen drei bis vier Kilo verloren habe. Ja, das ist ja kein Problem, aber es geht ja ums Entgiften. Melde dich hier an. Ja, aber was glaubst du, wie verliert man alle Vitamine und Mineralien? Eine kurze Überschau, quasi. Das kann man von mir haben. Nein, aber vielleicht kann man sich ja auch beim Frühjahrsputz von, ich will jetzt gar nicht von Energien sprechen, weil das geht dann wieder ins irgendwie esoterisch-spirituelle, aber von allem Schlechten, Schmutzigen, sage ich jetzt einmal, trennen, was einem nicht gut tut. Das können auch und werden auch Menschen sein. Ja, das ist jetzt die sanfte Überleitung. Das ist die sanfte Überleitung dazu, dass ich nächste Woche bzw. jetzt schon angefangen habe, alle möglichen Leute aus meiner Facebook-Freunde-Liste zu entfernen. Ja, aber das muss ja nicht unbedingt im Frühjahrsputz passieren. Das habe ich ja letztes Jahr zum Beispiel im Oktober gemacht. Ja, aber ich mache es jetzt und deshalb ist Frühjahrsputz. Angesagt, aber finde ich ja nicht schlecht. Finde ich ja gar nicht schlecht. FF, Facebook Frühjahrsputz. FB, FP. Facebook Frühjahrsputz, ja. Wir könnten eine gemeinsame Aktion starten. Starte jetzt mit uns deinen Frühjahrsputz auf Facebook. Ja, das werden wir aber nicht mitkriegen, wenn wir von denen dann alle entfreundet sind. Naja, man hat mir Marketingtechnik, ich möchte ja Facebook eigentlich hauptsächlich zu beruflichen Zwecken nützen. Facebook ist tot. Facebook ist tot. Ich glaube auch, ja. Also Storys lest überhaupt keiner. Also meine Storys schaut überhaupt keiner mehr an. Oder fast keiner. Und ich schaue mir Storys auch nicht mehr an. Ah, doch, ich schon. Echt? Weil letztens ist mir wieder einer aufgetaucht. Den habe ich das letzte Mal vor, boah, irgendwie 2016 auf irgendeinem Networking-Treff habe ich den gesehen. Da hat er nur Autos verkauft. Mhm. Und jetzt habe ich Storys von ihm gesehen. Ich glaube, der ist wahrscheinlich, der ist im Internat groß geworden. Da geht's, also der macht jetzt auch eher sowas, was weiß ich, äh, heile dein inneres Kind, so nach dem Motto. Also er geht auch in die Coaching-Richtung. Und dann habe ich ihn... Er erinnert ein inneres Kind, wie soll denn das gehen? Nein, nicht heile, sondern heile. Heile. Heile, heile Segen. Pusteblume. Warum sind die inneren Kinder eigentlich alle irgendwie kaputt und verletzt? Warum muss man die alle heilen? Wer hat denn die kaputt gemacht? Die Gesellschaft. Ah ja, genau. Und dann habe ich mir das so angehört und habe mir gedacht, das ist der ganze Coaching-Brei, wie es eigentlich schon längst out ist und habe dann mal in die Story reingeschrieben, ist ja fantastisch, und habe ihn gefragt, bei welchem großen Coach er jetzt gelernt hat, um jetzt so hinaus zu gehen. Und? Er hat aber leider keine Antwort bekommen. Ah, bist du keine Zielgruppe? Wahrscheinlich nicht, aber von dem sehe ich jetzt laufend die Stories. Die habe ich jetzt schon auf stumm geschalten. Arg. Was du immer siehst. Ja, aber ich... Also dieses Thema kommt immer mir voll auf die frontale Frontseite. Weitseite. Es gibt ja Leute, die sagen, ja Mick, wenn das dich immer so trifft, dann vielleicht solltest du ja auch ein Coach werden. Ja, wir werden ja jetzt eh Coach. Ein Couch wären wir lieber. Wir wären Couch-Coach. Couch-Coaches. Ah, das könnte ich gut. Wie du zufrieden am Abend auf deiner Couch eine schöne Work-Life-Balance in dein Leben bringst, lausche unseren Podcast. Ja, und wenn du Glück hast, bist du dann auch noch befriedigt. Also wir wollen niemanden unbefriedigt zurücklassen. Das ist unsere Aufgabe. Das wäre doch was. Die sieben besten Tricks zur Befriedigung. Das würden die Leute runterladen. Runterholen vielleicht. Hier deine sieben Tricks zum Runterholen. Ja, wie ist denn das? Sieben Befriedigungstricks zum Runterholen. So war das, gell? Ei, ei, ei. Ich möchte gar nicht wissen, wenn sich... Unsere Zielgruppe ist wirklich zwischen 30 und 60 oder 65. Ja, und? Ja, ihr habt immer so das Gefühl, die hören uns immer so ein bisschen mit Schamesröte im Gesicht an. Oder die fremdschämen sich dann bei unseren Themen. Entschuldige, wie können die sich fremdschämen? Wann war das? Das war ja noch, bevor ich auf die Welt gekommen bin, da die sexuelle Revolution. Das war doch weit vor uns. Die dürfen sich überhaupt nicht mehr schämen. Die müssen eigentlich alle nackert umeinander laufen. Du meinst, die haben das schon alle durch? Ja, ja, die sind wahrscheinlich wesentlich weiter als wir. Da sind wir wahrscheinlich verklemmt. Ja, ja, stimmt. Du hast ja letztens auch nicht... Wolltest ja nicht offen über die Regel sprechen. Nö, will ich nur immer nicht. Apropos Frühjahrsputz. Ja. Willst du was sagen, oder darf ich wieder? Du darfst. Ah, ja. Naja, die Frage war im Prinzip, also für mich, weil ich drüber nachgedacht habe, wenn ich mir jetzt von Facebook-Freunden... Das sind ja keine Freunde. Ja, also ich habe... Deshalb nenne ich sie auch Facebook-Freunde. Da waren, weiß ich nicht, 900 Stück. Und von denen kenne ich wahrscheinlich... Ja, 10 persönlich oder zwar... Naja, nein, 40 persönlich vielleicht und 100 irgendwie. Aber den Rest kenne ich überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz ist es mir schon schwer gefallen. Also ich habe dann jetzt schon bei den Ersten, wo ich versucht habe, die zu trennen, immer so innegehalten. So, hm, den mag ich aber eigentlich, ja. Aber nachdem, wenn... Also mir wurde gesagt, wenn die mit mir nicht interagieren und mit meinen Beiträgen, dann wird Facebook meine Sachen eh niemandem zeigen. Und dann schreibe ich das alles da rein zu meiner eigenen Belustigung, was ich ja sowieso tue. Also wenn ich da was reinschreibe, ist das ja eh meistens, weil es mir Spaß macht. Ja, und deshalb soll ich jetzt die Leute raus... Und dann habe ich mir halt überlegt, ob ich das auch umlegen sollte auf mein Leben. Jetzt abgesehen davon, dass meine sozialen Kontakte ja eh schon so mega reduziert sind. Also irgendwann bin ich dann echt allein. Ob man da die Leute, die eigentlich nicht mit einem Interagieren, auch rausschmeißen sollt. Aus dem Leben. Im Echten. Also ich rede jetzt tatsächlich vom echten Leben. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Weil du natürlich im realen Live immer die Möglichkeit hättest, mal kurz anzurufen. Und nicht abzuwarten. So ist es wahrscheinlich auf beiden Seiten. so nach dem Motto, der meldet sie nicht. Ich melde mir auch nicht. Oder von dem würde ich mal gerne wieder was hören, aber der meldet sie nicht. Nee. Also ich habe jetzt gerade momentan, würde ich gerne zwei meiner Freunde, würde ich gerne mit denen mal interagieren. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich es machen soll. Weil ich möchte nicht wieder bloß bla bla über WhatsApp schicken. Anrufen. Ich hätte dann gerne ein Angebot, was ich beiden geben kann. Er sagt, du, wie schaut es denn aus? Geh mal nächste Woche mal was trinken. Ja, das kann ja dazu schwer sein. Doch, weil ich dann schon wieder weiß, meine nächste Woche schaut so und so und so aus und ich habe gar keine Zeit. Naja, jetzt weißt du das angenommen für nächste Woche, für übernächste Woche weißt du das noch nicht. Wie wäre es? Da will ich mich dann nicht festlegen. Ah ja. Ja, weil wenn ich dann eben so Menschen anrufe, die mir prinzipiell am Herzen liegen und ich melde mich dann, ja, dann wird geplaudert, aber dann ist ja auch keine Zeit von wegen, wenn ich sage, ja, lass uns essen gehen oder so. Ja, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Also es geht ja nie. Es hat ja nie mehr Zeit. Und dann habe ich wieder eh keine Zeit. Also man hat ja nie gleichzeitig Zeit. Das ist ein Problem mit der Zeit. Aber soll ich die jetzt rausschmeißen oder nicht? Auf Facebook schon. Nein, aus meinem Leben. Aus deinem Leben nicht? Weil ich habe, wenn ich mir die Kontaktliste in meinem Telefon anschaue, ich habe mir jetzt auch gesehen davon, da sind lauter Duplikate drinnen, ich habe noch immer nicht verstanden, wie ich die wegkriege, weil ich es dann einmal versucht zu löschen habe, weil wir waren beide weg. Weil wir angelöscht waren beide weg. Ja, das ist irgendwie mit dem ganzen Hin- und Hersynchronisieren, dafür bin ich zu blöd. Man nützt die ganze KI nichts. Aber da haben wir gedacht, da sind so viele Menschen drin, könnte ich ja auch rausschmeißen. Aus dem Telefon? Ja. Wieso? Mich rufen auch, ganz ehrlich in letzter Zeit, mich rufen eigentlich mehr Leute an aus Hamburg, was war da noch? Es ist sehr oft Hamburg, einmal war glaube ich Italien, einmal war Linz, also steht halt, dann ist eine Nummer und dann steht halt dabei, woher der ist, der ist kein Name, kenne ich nicht. Danke. Ich hebe auch nicht mehr ab, weil ich keine Zeit habe, mich mit denen zu unterhalten, weil das sind ja meistens irgendwelche Leute, die dir irgendwas, wo eine Umfrage machen, wollen da was verkaufen oder sonst was. Ja, aber das musst du dir anhören. Ja, das tue ich ja immer. Wollen in Zukunft da was verkaufen, da können wir nur was lernen von. Nein, weil so wie die Reden von denen lernen, nichts, das habe ich euch schon gelernt. Aber nachdem ich zu denen immer so freundlich bin, dauern solche Gespräche dann auch immer mindestens zehn Minuten. Und die Zeit habe ich gerade noch. Ich weiß, das kenne ich. Aber die rufen mich gerade an, sonst ruft mich keiner an. Ich kenne das ja auch, das ist mir ja letzte Woche auch passiert, weil ich, ja, ich kann es ja sagen, ich kann es ja sagen, es ist ja wieder passiert, wie letztes Jahr, morgen muss ich zum Arbeitsamt, also ihr da draußen, falls ihr irgendwie einen Job für mich habt, als persönlichen Assistenten oder sonst irgendwas, kann euch auch die Fenster, ich kann euch auch die Fenster putzen. Aber ich habe mich ja dann, weil ich auch wieder online so eine Werbung gesehen habe, mit jetzt einsteigen in ein Startup. Und dann haben die mich zurückgerufen. Ich glaube, die Story habe ich dir schon erzählt, gell? Und ja, dann dachte ich ja erst mal, vielleicht irgendwie ein Team, was weiß ich, was das für ein Startup ist. Ja, und dann war das bloß wieder blödes Networking. PM International. Weiß nicht, wer da draußen irgendwie schon mal was gehört hat. Fitline, PM, keine Ahnung. und die wollten halt dann sagen, ja, komm mit unser Team und wir brauchen Networker und Verkäufer und keine Ahnung. Und bei uns geht es um Sport und Ernährungsoptimierung. Wo ich dann gesagt habe, naja, eigentlich ist es Ernährungsergänzungs, na, Optimierung, weil das ist der neue Begriff. Ja. Wo ich mir denke, muss es alles immer irgendwie einen neuen Namen haben, geben, ist wie der Facility Manager. über den wir uns schon seit zehn Jahren lustig machen. Ja, und ich frage mich ja nur, warum du solche Gelegenheiten nicht nutzt, um dem gleichzeitig zu erklären, Bursche, so wie du dein Marketing machst, ja, das ist total lästig. Ich sage dir jetzt mal, wie du es besser machst und verkaufst dem unsere Membership. Ja, da bräuchte ich dich, weil du bist ja laut Human Design die Networkerin, die Kontakterin, die Frau, die mit allen gut kann, Ja, das stimmt schon, aber ich kann ja trotzdem nichts verkaufen, ich kann mit allen gut. Na schaut, das ist bei meinem Human Design, ich soll immer darauf warten, bis Leute auf mich zu kommen, was von mir wollen und meine Expertise irgendwie haben wollen. Das habe ich schon probiert. Das habe ich probiert. Ich bin auf dich zugekommen und wollte was von dir. Habe ich auch nicht gekriegt. Du sagst mir nie genau, was du willst. Ich habe da genau gesagt und dann habe ich gesagt, okay, mach es doch selber. Weil du mir so leid getan hast, weil du immer so viel zu tun hast. Verliert seinen Job, hat eh nichts zum tun, aber dann hat er immer so viel zum tun. Ja, die Woche, ab nächster Woche wird es leichter. Ja, jetzt ist es schon fertig. Aber wenn die Leute dann auf mich zu kommen, dann kann ich die dann quasi an dich weiterleiten, weil du bist dann diejenige, die nicht wirkt. Ja, du könntest dann natürlich sagen, ja, es tut mir leid, Herr Schlumpfibumpf. Das war scheiße, was sie bei mir abgeliefert haben. Wie wollen sie es denn deshalb machen? Ich bin dann nicht zuständig. Ich gebe sie mal weiter. So könnte ich es auch machen. Ja. Und was putzen wir jetzt? Ja, willst du jetzt nur im Innen putzen oder im Außen? Ja, ich sollte eigentlich im Inneren putzen. Ich habe heute von einer sehr, 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 sehr lieben, langjährigen Freundin und Mentorin, die mir eigentlich immer eine am Deckel gibt. Vielleicht rufe ich sie deshalb so selten an, weil ich immer Angst habe, ich kriege eine am Deckel. Hat sie heute mir geschrieben, immer noch keine richtigen Wurzeln gefunden. Ich dachte, du bist innerlich geerdeter. Oh. Ja, habe ich gelesen und habe mir gedacht, also es hat mich nicht, es hat mich nicht getroffen, es hat mich auch nicht traurig gemacht. Das Witzige war, diesmal, ja, also ich entwickle mich ja vielleicht doch, habe ich mir gedacht, ja, stimmt. Ich bin nur immer nicht, ich bin ein bisschen geerdet, als ich vielleicht früher war, aber ich werde nie komplett geerdet sein, ich bin einfach so ein Hallo-Dri. Ich bin so ein Abenteuer- Kick-Mensch und das wird so bleiben. Glaubenssatz, den behalte ich auch, bis sie dir umfällt. Du darfst alles behalten, was du möchtest. Und für mich ist es einfach auch richtig. Ich glaube, wir sollten zu unseren Wurzeln mal wieder zurückfinden, auch in unserem Podcast. Ach so, was waren denn die? Dass wir uns über gehaltvolle Themen unterhalten haben, die so ein bisschen mehr auch mit Tiefgang mit uns, also wie du jetzt schon reingehst in die Wurzeln. Ja. Dass wir so auch unsere Wurzeln so wieder ein bisschen finden, um möglicherweise auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen daran zu erinnern, wo denn auch ihre Wurzeln liegen, möglicherweise. Oder ob die da vielleicht auch Bedarf haben, sich das mal anzuschauen. Und indem wir erzählen, was es mit unseren Wurzeln macht, sie auch so ein bisschen bestärkt darin, dass man sich das doch mal anschauen könnte. Du Wurzelsepp, wir werden halt dann nächste Woche mal vielleicht über Wurzeln, Stämme, Äste Zweige, Blüten und Blätter reden, weil der Frühling kommt ja. Ja, es wächst dann wieder alles. Es wird schon wieder grün draußen. Ja, bei mir kommt, ich müsste mähen, aber jetzt ist die ganze jetzt so nass, dass das Mähen, aber das ist irgendwie vor zwei Wochen rausgeschossen wie nix. Naja, auf einmal explodiert es. Und bei meinem Flieder kommen auch schon so ganz so kleine, so ganz kleine, kleine, lila, ich mag ja lila nicht, aber es kommen also diese kleinen, lilanen Dinger. Sag das deinem Flieder nicht, weil dann kommt er nicht. Ja, ich ziehe ihn eh weg. Soll er machen, was er will, der Flieder. Jetzt war ich gerade so, irgendwo, jetzt hat es mich gerade, ich habe einen Tipp des Tages, ich habe eine Rose vermehrt. Was hast du? Ja, pass auf. Manchmal sehe ich ja so Tipps irgendwo im Internet oder was auch immer. Ja, nur im Internet. Wo denn sonst? So kurze Clips, wo dann ganz viele Tipps auch so hintereinander kommen. So komische Tipps und was weiß ich, ich stecke irgendwas in eine Banane rein und es wächst oder was weiß ich was. Also es waren halt so Pflanzenwachstipps, wie man auch so Samen irgendwo, nimmt die Samen aus der Tomate raus und macht dann das und jenes und so. Das waren so ganz schnelle Videos und ich glaube, im Zuge dessen habe ich irgendwann mal gesehen, was man mit Rosen machen kann. Ich meine, die kannst du ja sonst wo reinstecken, aber nachdem ich ja so ein sehr bequemer Mensch bin, habe ich mir gedacht, ich schneide die Rosen, weil ich muss meine Rosen, ich habe so Kletterrose von meinem Mann damals einmal zum Hochzeitstag gekriegt, die wachst wie blöd und die muss ich halt dann immer wieder schneiden und da habe ich dann irgendwann wieder mal geschnitten und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist es echt schade drum, weil die ist wunderschön und wachst auch eben so immens schnell und viel und dann habe ich mir gedacht, es ist eigentlich schade drum, dass ich das ganze Zeug wegschmeiße, was ich da so abschneide und dann habe ich es genommen und habe zig von den Stängeln quasi, also die ich einfach abgeschnitten habe, ohne irgendwas großartig zu tun, in einen Trog mit Erde gesteckt alle Eingangern, eine kommt jetzt. Also wenn man da 20 irgendwo in die Erde steckt, also schneide irgendwo Rosen ab, geh zu deinen Nachbarn oder geh irgendwo spazieren und wenn du wo schöne Rosen siehst, schneide ein Stückchen ab, vielleicht sollten es ein bisschen mehr sein und steck die einfach in die Erde und wenn es da Glück hat, also du hast den Tipp nicht gesehen, du hast es selber gemacht? Nein, nein, den habe ich schon gesehen, den Tipp. Achso. Es ist nur nirgends gestanden, ich soll es in die Erde stecken, soll man immer irgendwo anders eine stecken, in eine Kartoffel oder in irgendwas, und man dachte, pfeift drauf, die Erde muss reichen. Da habe ich es in die Erde gesteckt und die hat gemacht. Und jetzt kommt es? Ja. Das heißt, ich habe im Prinzip eine neue, schöne, tolle Kletterrose. Jetzt, wo es dann bald nicht mehr da ist? Ja, ich weiß ja nicht, wo ich es dann einsetzen sollte. Ja, wie du nimmst das mit? Oder wächst die so schnell? Das, ja, jetzt ist die, weiß ich nicht, so groß wie Milchbackerl. Na, schon. Und wie groß wird die? Also die, die ich habe, die wächst aufs Dach. Ah, gut. Ja, dann hast du noch ein bisschen Zeit. Dann kannst du vielleicht... Ich kann, im Prinzip, ich kann sie immer wieder abschneiden. Also so ist sie ja nicht. Stimmt, auch wieder. Hast du auch wieder recht. Ja, vielleicht nehme ich es mit. Also, Tipp für euch da draußen. Ja, wollte ich was Gescheites auch sagen. Beim Nachbarn Rosen schneiden und dann ab in die Erde damit. Ich mache das jetzt übrigens mit allem. Ich habe das mit dem Flieder auch gemacht. Von dem habe ich was abgeschnitten und habe es dort rein gesteckt. Und schaue, was passiert. Ich nehme jetzt alles, was ich irgendwo abschneide und stecke es einfach in den Trog mit Erde rein, weil er halt da steht. Was du eigentlich immer für Tipps siehst, also wenn ich Tipps im Internet sehe, dann hat das momentan immer irgendwas mit Essen zu tun. Also ich mache deinen Wrap, tu da Käse drauf und Schinken, klappen zusammen und tu einen Toaster. Was für ein toller Snack. Tatsächlich, denn sowas kriege ich nicht. Super. Und das schaut dann immer so aus, wenn man denkt, boah, da hätte ich jetzt Bock drauf. Ich habe zwar jetzt sowas alles nicht daheim, aber irgendwann kaufen wir das. Ja, das wissen die ja durch die, durch die KI wahrscheinlich, das wissen die, weil die bei meinem iPhone mithören. Die wissen ja genau, was ich zu Hause habe und was nicht. Und sowas könnte ich nie machen. Ja, aber ich rede ja nie über Essen. Aber die wissen vielleicht... Die anscheinend schon. Die wissen wahrscheinlich mein Gewicht oder keine Ahnung. Oder was weißt du nicht, was die alles wissen. Ja, hast du auch noch einen Tipp? Ja, wahrscheinlich für die Mythe. Einen Tipp, ja. Es ist spät, geh ins Bett und morgen geht ein neuer Tag los. Nein, gescheitend Tipp für unsere Zuhörer. Ich habe was mit Rosen gesagt. Einen gescheitend Tipp. Gescheitend Tipp. Ich habe keinen gescheitend Tipp. Jetzt auf die Frühjahrsputzerei bezogen. Ja, macht es euch keinen Stress. Das ist ja ein super Tipp. Das Beste, was ich heute habe für euch. Wirklich. Ist nicht dein Tag. Naja, so gesehen ist es eigentlich schon wieder gut, weil wenn man die Leute da draußen ermuntert, keinen Stress zu fühlen und zu haben, wird es ein bisschen lockerer. Aber macht so eine Steuer für 2023. Oh Gott. Du, noch ganz kurz was anderes. Ja, bitte. Vielleicht gibt es ja da draußen aber Psychologen, die uns zuhören. Oh. Du kennst es ja sicher, dass man beim Telefonieren oder wenn man halt irgendwas macht, wie Podcast aufnehmen, dass man auf einem Zettel, der so vor einem liegt, so rummalt. Ja. Ich male die ganze Zeit schon und ich male die ganze Zeit Pfeile. Und ich würde echt gerne wissen, was das bedeutet. Und du möchtest dich verlieben? Amos Pfeil sollte dich treffen. Na, so Pfeile sind das nicht. Was dann? Amos Pfeile schauen anders aus. Woher weißt du das? Ich weiß nicht. Die sind so wie ein Trichter. Und dann eben so Pfeil. Und vor allem, sie zeigen alle auf mich. Das finde ich auch sehr spannend. Die zeigen alle auf mich. Einer zeigt so schräg rechts rüber, aber die anderen zeigen alle auf mich. Vielleicht solltest du dich heilschnell nach vorne entwickeln. Oder es hat mit dir zu tun. Natürlich hat es mit mir zu tun. Ich habe den Stift in der Hand. Tödel. Ja, also wenn das da draußen jemand weiß, das fände ich spannend. Ob diese Malerei, die man halt so macht, was die bedeutet. Ob die überhaupt was bedeutet. Natürlich bedeutet, alles bedeutet irgendwas. Oder auch nicht. Aber... Das war die richtige Ausführung. Oder auch nicht. Ja, das kann man sich ja aussuchen. Es ist ja immer eine Wahl, die man trifft. Ach Gott, ja. Bitte. Bitte, danke. Meine Wahl ist es jetzt zu treffen. Ja, das war's. Frühjahrsputz, kurz abgehandelt. Mit wenigen Tipps und Tricks von meiner Seite. Aber wir wünschen euch trotzdem viel Spaß beim Frühjahrsputz, beim... Und frohe Ostern. Das ist nämlich dann... Ich weiß nicht, ob es dann Osterdienstag gibt. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es gibt nur noch... Nein, aber das ist jetzt vor dem Karfreitag, die Folge. Nein, eben nicht. Na doch. Ah stimmt, wir sind ja so spät dran. Diesmal sind wir spät dran. Ah, na dann frohe Ostern für das kommende Wochenende. Ja, frohe Ostern und... Also für die, die es direkt hören, für die, die irgendwann später hören, alles Liebe. Ja, jetzt ist das nächste Mal Ostern nochmal an. Ja. Aber wir haben... Dann hätten wir auch ein bisschen mehr über Ostern sprechen können. Über... Ja, da kennst du die ja nicht aus, hast gesagt. Na, was will ich über Auferstehung... Tot und Teufel, Jesus Christus, könnt ihr eh nichts sagen. Es gibt eine Auferstehung, es gibt Eier, es gibt Hasen. Und es gibt einen Palmsonntag. Und es gibt ganz grauseliche, muss ich jetzt erwähnen, ja. Meine Freundin aus Frankreich hört sich ja den Podcast eh nicht an, ja. Es gibt ganz grauseliche kleine Pipi-Handy. Was gibt's? Kleine Pipi-Handy. Was sind Pipi-Handy? Pipi-Küken. Ah, jetzt auch. Pipi-Handy. Kennst du nicht? Nein. Wie sagt man bei uns? Weiß ich nicht. Ah, fehlt mir auch wieder. Ah? Nein, nein. Ah, 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 sind sie nicht. Ja, also es gibt so... Zu Ostern gibt's diese Pipi-Handy im Deko-Shop. Ich rede jetzt nicht von echten Küken. Echte Küken finde ich süß, ja. Aber diese kleinen... Die haben so Haare, so gelbe. Das sind so kleine Bällchen, also zwei kleine Ballbällchen, die aufeinander pickt sind. Dann haben sie irgendwie einen Schnabel dazu pickt und irgendwelche Füße mit drei Zeichen. Und ich finde die gruselig. Richtig gruselig. Ich weiß nicht, wieso. Mein inneres Kind weiß das vielleicht. Keine Ahnung. Ich habe sicher irgendeine traumatische Erfahrung mit. Ah, nein, nein. Das ist meine traumatische Erfahrung. Aber die habe ich jetzt. Ja, die hast du jetzt. Oh ja. Ich weiß noch, dass ich... Ich weiß nicht, wie alt das ich war. War ich erste Klasse? Kindergarten? Keine Ahnung. Erste Klasse? Irgendwie sowas. Dann war ich bei einem... Oder wir waren ein paar Kinder bei einem Freund aus der Schulklasse. Und die hatten einen Bauernhof. Und die hatten gerade so kleine Gickerl. So ganz gelbe und so weiter und so fort. Und du weißt, wie Kinder sind. Du läufst dir drauf zu und jagst die und so weiter und so fort. Und ich bin auf eins drauf gestiegen. Ich geht Mörder. Das war mir so. Das war echt. Und dann habe ich es bloß... Hat das geknackst? So wie wenn man auch Schnecke steigt? Da kann ich mich nicht dran erinnern, aber... Aber die haben ja sicher noch ganz weiche Knocherlen. Ja, und die anderen haben es nicht mitgekriegt. Und die haben es dann bloß... Was, die anderen Händel? Nein, die anderen Kinder oder der Freund halt. Und das war wirklich... Und dann habe ich es bloß in die Hecke hineingeschmissen. Das hat vielleicht noch gelebt, nur dass es retten können. Nein, nein, so hat es nicht ausgeschaut. Ihhh. So hat es nicht ausgeschaut. Aber das... Bibi Händel-Mörder. Das belastet mich immer noch. Kannst du dir das vorstellen? Deshalb finde ich Bibi Händel gruselig. Also nicht die echten, die falschen. Weißt du, was meine Freundin macht? Und ich habe das immer noch im Blick, wie ich denen hinterhergelaufen bin. Und es ist schon... Also das war... Heile dein inneres Kind. Ich kann es euch nur sagen. Ja, mach das. Mach das. Vielleicht mache ich das jetzt mal zu Ostern. Kann ich das mal... Weißt du, was meine liebe Freundin macht? Die weiß das mit den Bibi Händeln. Weil ich habe das erzählt, dass ich die so gruselig finde. Und wenn die jetzt vor Ostern irgendwo ist, in irgendeinem Laden, wo es so Deko gibt, dann mach die Fotos, weil die gibt es ja immer so im 8er und im 16er Pack. Mach die Fotos und schick mir die per WhatsApp. Voll gemein, ne? Viel lustiger fände ich es, wenn sie sich das vor die Haustür legen würde. Gehen ja diese in Frankreich. Ach so. Das finde ich witzig. Nächstes Jahr kann sie mir dann... Die grauseligen... Das macht die sicher. Ich bin sicher, die schenkt mir nächstes Jahr so gruselige Bibi Händel zur Einweihung, wenn ich dort einziehe oder so. Wahrscheinlich. Gut, ihr Lieben, jetzt habt ihr wieder ein dunkles Geheimnis von mir gehört. Viele Tipps von Natascha, aber... Jo. Lässt sich nicht ändern. Da müsst ihr jetzt durch und ich wünsche euch ein frohes Osterfest und eine tolle Woche und wir hören uns nach Ostern wieder. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, dann bis dann. Das war eine wirklich kurze und knackige Ausleitung. Sonst möchte ich ja immer noch ein bisschen mit Tschüss singen, aber heute wohl nicht. Ne, es kommt noch was. Es kommt noch was. Was kommt noch? Ja, da warte ich. Ich bin die, die das letzte Wort hat. Dann sage ich mal Tschüss und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. 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 Wir sind im Auftrag des Hermann. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.